Ich habe heute mal wieder das Privileg, euch ein Wort vom Herrn mitgeben zu dürfen. Und der eine oder andere wird schon gesehen haben, welchen Titel die Predigt heute haben wird. Gesegnet durch das Wort Gottes. Und das Thema hat der Herr mir aufs Herz gelegt, weil wir auch vor zwei Wochen der Axel ja bei uns gepredigt hatte. Und da ging es unter anderem um Gemeindewachstum. Und wir haben uns da unter anderem die Bibelstelle in Apostelgeschichte 6, Vers 7 angeschaut. Da steht nämlich, Und das Wort Gottes breitete sich aus, oder auch wuchs oder nahm zu. Und die Zahl der Jünger mehrte sich in Jerusalem und auch eine sehr große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Und der Axel hat uns ja gezeigt, dass es im Zusammenhang steht. Dass wenn das Wort Gottes unter uns zunimmt, dass dann auch Gemeindewachstum stattfinden kann. Und zuallererst ist es natürlich wieder eine Predigt, die ich auch zu mir selbst predige. Weil ich auch nach der Predigt vom Axel auch Buße tun musste, weil bei mir so ein bisschen auch der Hunger nach dem Mord Gottes wieder eingeschlafen war. Und da stellte sich mir auch so die Frage, es gibt ja so viele Menschen, die in der Bibel lesen. Und dann gibt es wiederum welche, die durch dieses Bibel lesen aber gesegnet werden. Also nicht alle, von denen ich jetzt weiß oder so, dass sie die Bibel lesen. Bei denen sehe ich dann, wow, wunder was, die Früchte des Geistes. Also kann ich da auch was falsch machen oder ich kann es schaffen, ohne, also im Bibel lesen, am Segen vorbeizugehen. Und wir sind alle Kinder Gottes, das heißt, uns ist ja das Prinzip einer stillen Zeit auch bekannt, dass wir einfach am Morgen uns eine Zeit nehmen, wo wir zum Herrn kommen, wo wir vorhin kommen im Gebet und im Wort. Und es ist, wenn ich so sagen darf, unser Daily Business. Da ist es wichtig, uns die Frage zu stellen, wie sollte sich meine Zeit im Wort, wie sollte die ausschauen, dass ich den maximalen Segen da mitnehme. Und zuallererst, ich glaube die erste Predigt, die ich hier in unseren neuen Gemeinderäumen damals gehalten habe, war das eins der ersten Sachen, die ich gesagt habe, dass das hier das Wort Gottes ist. Und dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und dass solange wir Jesus Christus Gemeinde Wasser-Trüdingen heißen, unsere Predigten sich nach dem Wort orientieren. Und das hat sich heute auch nicht geändert. Und das ist wichtig. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass diesen Schatz, den wir im Wort Gottes haben, dass der nicht selbstverständlich ist. Die meisten Verheißungen, die hier im Wort Gottes stehen, gerade im Alten Testament, sind für uns Deutsche eigentlich nicht gedacht gewesen. Eigentlich sind diese Verheißungen im Alten Testament für die Juden, für Gottes auserwähltes Volk. Zuallererst. Aber dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und es mit seinem Blut erlöst hat, sind wir eingepfropft in den Stamm der Juden und haben jetzt, auch als Deutsche, Zugang zum Wort Gottes, zu seinen Verheißungen. Und das immer wieder im Hinterkopf zu haben, dass die Möglichkeit, dass ich heute in dieses Wort reinschaue und jede Verheißung, die ich da sehe, darf ich für mich in Anspruch nehmen, ist keine Selbstverständlichkeit. Die hat Jesus für mich teuer am Kreuz erkauft mit seinem Blut. Okay, Geschwister, dann will ich mit euch ins Wort reinschauen. Und zwar in Psalm 19, 8 bis 12. Da redet nämlich David drüber, was wir denn so erwarten dürfen, wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen. Und viele von euch kennen König David. Und noch beeindruckender ist, wenn man sich diesen Psalm jetzt durchliest, wenn man sich vorstellt, was dieser König David alles so hatte. Also dem hat es ja wirklich an nichts gemangelt. An Geld nicht, an Häusern mit Sicherheit nicht, an Frauen hat es dem auch nicht gemangelt. Und der hatte eigentlich so vom weltlichen Standard damals alles. Was es noch umso stärker macht, wenn wir uns überlegen, was er jetzt in diesem Psalm über das Wort Gottes sagt. Das Gesetz oder die Unterweisung des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen oder den Einfältigen, also hier in meiner Erläuterung, das heißt jemand, der für Einflüsse offen und daher leicht verführbar ist, weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt oder ermahnt. Und wer sie befolgt, empfängt reichlichen Lohn. Also wir sehen, da stehen schon einige Sachen drin, die wir erwarten dürfen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Die erste Sache, auf die ich eingehen will, ist, es erquickt die Seele. Natürlich ist das ein sehr altes Wort, aber ich habe es mal nachgeschaut, auch im Duden, was da als Bedeutung drin steht für Erquickung. Da steht drin, eine Neubelebung. Eine Neubelebung der Seele. Und warum, Geschwister, ist das für unseren Alltag so wichtig? Die Seele ist der Ort, wo unsere Gefühle sitzen. Wo unsere ganze Gefühlswelt sich so abspielt. Und warum brauchen wir immer wieder Neubelebung? Weil wir immer noch Menschen sind und als Menschen sündigen wir. Und das Wort sagt, der, der sündigt, da kommt der Tod. Also ein Stück weit, wenn wir sündigen, erfahren wir den Tod in unserer Seele und in unserer Gefühlswelt. Und das Wort ermahnt uns nicht ohne Grund, dass wir aufpassen sollen vor einem sündigen Lebensstil, weil das Wort sagt, weil sonst ein ungläubiges und hartes Herz in uns hervorkommen kann. Aber damit das nicht passiert, Geschwister, wir sündigen. Aber wir tun Buße danach und erfahren dann auch wieder Vergebung vom Herrn und wir können weitergehen. Aber dennoch gibt es immer eine Konsequenz für Sünde. Und diese Konsequenz ist auch immer Tod. Ein Stück weit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jeden Morgen diese Erquickung im Wort Gottes erleben. Diese neue Belebung. Da, wo das Leben, das ewige Leben neu in unsere Seele hineinkommen kann. Weil ohne das Wort Gottes sind göttliche Gefühle überhaupt unmöglich. Dass wir sowas verspüren wie Freude im Herrn oder dass wir Liebe für unsere Geschwister empfinden, ist ohne das Wort Gottes und ohne sein Wirken überhaupt nicht möglich. Und das ist so sehr wichtig. Weil ohne Erquickung der Seele werden wir es auf dem Weg des Herrn nicht weit schaffen. Weil wir gehen nicht immer durch leichte Zeiten durch, wir gehen auch durch schwere Zeiten durch. Und wenn wir dann nicht immer wieder diese Erquickung, diese neue Belebung durch sein Wort erfahren, dann werden wir irgendwo entweder in Bitterkeit verfallen oder in Stolz oder in einem harten Herzen. Aber auf jeden Fall nicht da, wo der Herr uns hinhaben will. Das zweite, was wir erfahren dürfen, ist Zuverlässigkeit auf wackeligem Boden. In der Bibelstelle stand ja, es macht den unverständigen Weise. Und das wird ja hier auch erklärt, als der, der für Verführung leicht, also der für Verführung leichter offen wäre. Und das ist auch so wichtig. Geschwister, wenn, gerade wenn wir neu im Glauben sind, aber auch wenn wir schon jahrelang im Glauben sind, stehen wir manchmal, wenn wir so mit dem Herrn gehen, auf wackeligem Boden. Es passieren Sachen, wo wir uns fragen, okay, wo ist der Herr? Ob das Krankheit ist, ob das finanzielle Nöte sind, ob das irgendwas anderes ist. Und auf einmal, wo wir gedacht haben, wir stehen so fest, stehen wir doch wieder auf wackeligem Boden. Und wir kennen den Feind, gerade in den Momenten, wo wir schwach sind, dann kommt er mit seinen Lügen. Und versucht uns zu verunsichern und versucht uns, das Wort madig zu reden oder genau Lügen zu erzählen über den Herrn. Aber das Wort macht den Unverständigen in dem Moment, er macht es weise. Wir haben im Lobpreis, haben wir schon den Bibelfest gehört, vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich eben nicht auf deinen Verstand. Weil unser Verstand kann uns das und das sagen und das und das, aber im Wort Gottes ist wirkliche Weisheit. Und das Schöne ist, am Wort Gottes, wir müssen es halt auch noch nicht einmal verstehen, um die Weisheit für uns in Anspruch zu nehmen. Also, wir müssen nicht verstehen, warum das jetzt weise ist. Aber wenn wir das Wort Gottes als das annehmen, was es ist, dann wissen wir, dass da drin Weisheit ist. Als Beispiel, wenn ich mich überhaupt nicht mit Finanzen auskenne, dann muss ich nicht unbedingt super krass mich damit auskennen, wenn ich einen Ratgeber lese. Und der mir einfach ein paar simple Sachen sagt, zum Beispiel, wenn der Noah von mir die Steuer macht. Ich muss nicht checken, was der Noah zu mir sagt, ich mache das einfach. Und im Endeffekt bin ich dann aber weise, weil es klappt. Das heißt, ich muss es nicht verstehen. Aber wenn ich danach handele, wenn ich mich daran halte, dann bin ich weise. Wenn ich glaube, was der Herr mir zusagt, dann bin ich in dem Moment weise. Und wenn ich zu dem stehe. Und wenn ich das loslasse, dann bin ich töricht. Tja, Tere, das ist immer so ein altes Wort, aber fällt keinem, wer so sagt, ja, doof, dumm. Was können wir noch erwarten vom Wort? Freude. Es gibt so viele Zusprüche, so viele Verheißungen im Wort, die in uns Freude erwecken können. Ob das die Verheißungen sind, wenn Jesus wiederkommt, oder aber die wir auch jetzt schon erfahren dürfen. Oder Hoffnung. Im Wort steht, dass unsere Augen erleuchtet werden. In manchen Menschen in ihren Augen kann man sehen, ob da Hoffnung ist oder ob da keine Hoffnung ist. Und wenn wir dunkle Augen haben, dann ist da keine Hoffnung. Und das darf bei uns Kinder Gottes eigentlich nicht der Fall sein. Wenn wir im Wort Gottes sind, wenn wir fest in seinen Worten stehen, dann muss unser Leben geprägt sein von Hoffnung. Selbst wenn es gerade nicht nach Hoffnung ausschaut, haben wir durch das Wort Gottes immer noch Zugang zu ewiger Hoffnung. Wir werden uns noch so viele Bibelferse jetzt anschauen, dann wo Hoffnung drin ist. Und zu was haben wir noch Zugang? Frieden und Sicherheit. Hier in dem Bibelferst steht, und das ist wieder, wie gesagt, das ist König David, der das sagt, dem es an Reichtum wirklich nicht gemangelt hat. Der aber dennoch sagt, dass das Wort Gottes besser ist als Gold und viel Feingold. Heute gibt es viele Leute, die ihr Geld in Gold anlegen, weil sie sagen, dass Gold vom Wert her was Sicheres ist. Ist beständig, genau. Das ist was Beständiges. Aber wie viel mehr ist das Wort beständig? Wir haben es heute Morgen gebetet und wir haben es auch gesungen. Er ist der, der sich nicht verändert. Das Wort sagt, er ist derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeit bleibt er derselbe. Selbst wenn alle Goldreserven der Welt aufgebraucht werden, er ist immer noch derselbe. Er wird sich nicht ändern. Heute nicht, morgen nicht und auch übermorgen nicht. Und das Krasse ist, das können noch nicht mal meine Taten beeinflussen. Nicht mal, wenn ich mich vom Herrn lossage, wenn ich nichts mehr von ihm haben will. Das wird nichts an der Liebe Gottes für mich ändern. Es wird nichts ändern. Es wird an seinem Wort nichts ändern. Das wird vielleicht daran an meiner Errettung ändern. Es wird vielleicht ändern, wie ich mich fühle oder was ich erleben werde oder wie mein Leben weiter verlaufen wird. Aber es wird nichts an Gott ändern. Wir vermögen es nicht, den Charakter Gottes zu ändern. Keiner vermag das. Keiner vermag das Wort Gottes zu ändern. Und diese Gewissheit zu haben im Wort Gottes, dass bis zu meinem Lebensabend und bis ich beim Herrn bin und drüber hinaus sich an diesem Wort nichts ändern wird, wird doch so wichtig für die Zeiten, die wir als Gemeinde durchstehen müssen. Dieser Frieden, diese Sicherheit, die wir als Kinder Gottes für uns in Anspruch nehmen können, würde uns unterscheiden von der Welt. Weil wenn alles zusammenbricht, was bleibt übrig? Für uns hoffentlich die Gewissheit in unserem Herzen, dass das, was hier drin steht, wahr ist. Und Geschwister, der Herr hat mir zwei Voraussetzungen gezeigt. Also das sind alles Sachen, die wir erwarten dürfen vom Wort. Was natürlich nicht abschließend ist. Ich habe das jetzt einfach nur mal rausgearbeitet aus diesem Psalm. Es gibt noch so viele andere Segnungen, die wir empfangen dürfen vom Wort Gottes. Ich wollte nur so ein bisschen Hunger darauf machen. Und die Frage ist, welche Voraussetzungen habe ich, damit ich diese Dinge in Anspruch nehmen kann? Damit diese Sachen wirksam werden in meinem Leben? Und Geschwister, da möchte ich zwei Voraussetzungen mit euch anschauen. Und die sind ganz praktisch. Das sind Voraussetzungen, die wenn ich mich morgen früh hinsetze, vor mein Wort, vor mein Wort Gottes, vor die Bibel, und dann da lese, auf die ich mich immer wieder neu erneuere. Die erste Voraussetzung ist, ein Glaube an die Wahrhaftigkeit des Wortes. Und das klingt total easy, aber das ist total wichtig. Wenn ich nicht daran glaube, dass das, was hier drin steht, die Wahrheit ist, dass es nicht von Menschen geschrieben ist, dass es nicht zeitlich geprägt ist, dass es nicht dem zeitlichen Verfall preisgegeben ist, sondern dass es von Gott ein inspiriertes Wort ist, dann werde ich am Segen vorbeilaufen, was hier drin steht. Wir haben es im Lobpreis schon gehört, die Bibelstelle, aber ich möchte sie mit euch auch nochmal lesen. In Hebräer 11, Vers 6 zum Beispiel, da steht halt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also hier steht es schon im Wort, dass wenn wir zum Herrn kommen, dann brauchen wir Glauben, um zu ihm zu kommen, um ihn zu suchen, sonst geht es nicht. Und im Lobpreis haben wir schon gehört, wie der Glaube oder was Glaube ist. In Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube ist also nicht ein wackeliges Fundament, sondern es ist eine absolute Überzeugtheit von Tatsachen, die ich aber nicht sehe. Und hier müssen wir verstehen, dass es für das Wort Gottes und für die Realität und für die Echtzeit des Wort Gottes komplett irrelevant ist, ob ich daran glaube oder nicht. Das ist egal. Das Wort Gottes ist wahr und es ist real und es existiert, ob ich daran glaube oder ob ich nicht daran glaube. Es verhält sich wie mit den Naturgesetzen. Wenn ich meine Hand in kochendes Wasser reinstecken werde und aber ich sage, ich glaube nicht daran, dass Wasser so heiß werden kann, werde ich mir dennoch die Hand verbrennen. Und wenn ich sage, ich glaube nicht an Gravitation und laufe trotzdem über eine Klippe drüber, werde ich in die Schlucht fallen. Ob ich jetzt daran glaube oder ob ich nicht daran glaube. Das ändert rein gar nichts. Es ändert rein gar nichts. Hört Jesus auf, Wohnungen zu bauen im Himmel, wenn ich sage, ich glaube nicht daran, dass der Herr da jetzt Wohnungen baut? Dann legt er einen Baustopp wahrscheinlich ein, bis ich dann wieder genug Glauben habe und dann macht er weiter. Das ist irrelevant. Und es ist auch irrelevant, ob ich daran glaube, dass Gott mich liebt oder nicht. Gott liebt mich. Ob ich daran glaube oder nicht. Das Problem ist nur, dass ich am Segen dieser Wahrheit, am Segen des Wortes Gottes vorbeilaufe, wenn ich das nicht glaube. Also stellen wir uns quasi, wenn wir dieses Wahrheit sehen, können wir uns vor eine Frage stellen. Will ich weiter diese Gefühle fühlen, die ich gerade fühle? Obwohl die ja eigentlich mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun haben, wenn ich mich ungeliebt fühle. Will ich die weiter fühlen? Oder entscheide ich mich daran zu glauben, was schon existiert? Was schon da ist? Wenn ich heute jetzt zum Herrn in den Himmel kommen würde, sofort, ich würde mit Liebe empfangen werden. Egal wie ungeliebt ich mich in dem Moment fühle, weil es real ist im Himmel. Es ist eine Realität. Es ist also nicht so, wie jetzt in der Welt, wenn Leute so positive Sachen aussprechen oder irgendwie sowas, oder über sich, und dann so, okay, ich muss mir das quasi immer wieder einreden, damit es so ist, und dann kommt es in Existenz. Nein, wenn ich mich im Wort Gottes auseinandersetze, dann akzeptiere ich die Wahrheit. Ich komme in die Wahrheit hinein und versuche damit in Einheit zu kommen. Das Interessante ist, dass sich es mit den Geboten Gottes auch so verhält, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, dennoch den Segen davon empfangen wird, wenn er nach den Geboten Gottes handeln wird. Wenn jemand nicht lügt, dann wird er sich nicht in Unwahrheiten verstricken. Es ist so. Weil der Herr sagt, wir sollen nicht lügen. Und umso mehr wir lügen, umso mehr kommen wir in Unfreiheit. Die Sünde der Lüge bindet uns immer mehr. Weil umso mehr Lügen ich verbreite, umso weniger wird mein Spielraum. Umso weniger wird meine Freiheit. Weil ich mich dann in diesem Lügengefängnis, das ich selber aufbaue, immer weiter bewegen muss. Wenn das aber in der Welt jemand auch nicht macht, so wird er sich auch nicht in diese Lüge verstricken. Es verhält sich wie mit den Naturgesetzen. Wenn ich mich daran halte, dann werde ich nicht die negativen Folgen einer Lüge erleben. Genauso mit anderen Geboten. Wenn Wissenschaftler sich das Weltall anschauen, dann stellen die auch viele Regeln auf, über Sachen, die die gar nicht sehen, aber davon ableiten, wie die Dinge sich verhalten. Das heißt, sie sehen die Sachen gar nicht, aber die sehen, da ist etwas, weil sich sowas so und so verhält. Genauso verhält es sich mit dem Wort Gottes. Als Beispiel habe ich auch noch Johannes 3,16 zum Beispiel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesu Liebe am Kreuz und sein Sterben und sein Ding, das er mit seinem Blut bezahlt hat, wird nicht erst real, wenn ich daran glaube. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das Opfer am Kreuz für mich in Anspruch nehmen kann oder nicht. Die Kreuzigung Jesu ist real. Die Frage ist, empfange ich den Segen, der diese Kreuzigung zur Folge hatte. Und wie ich schon gesagt habe, Geschwister, es ist wichtig zu sehen, dass alles, was hier im Wort drin steht, hat Jesus teuer mit seinem Blut erkauft. Bedeutet, wenn wir uns in absolut negativen Gefühlen aufhalten, in Ablehnung leben und wir uns fühlen, dass wir nicht geliebt sind, dass wir nicht gewollt sind, das hat der Herr nicht gewollt. Der Herr hat extra diese Dinge in seinem Wort für uns erkauft, damit wir sie in Anspruch nehmen können. Die Frage ist, wollen wir noch länger in diesen ekligen Gefühlen, in dieser ekligen Lebensrealität verbringen oder uns aufmachen in die Realität, die ja schon existent ist, dessel Segen ich aber jetzt in Anspruch nehmen möchte, weil ich nicht weiter in diesem Müll verbringen will, was davor war. Und jetzt ist die Frage, Glaube, wir sollen an die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes glauben. Wie drückt sich das aus in meinem Leben? Das Wort sagt, dass auf den Glauben immer Taten folgen. Ansonsten ist der Glaube tot. Weil wenn wir per Definition des Glaubens, dass es eine feste Zuversicht auf das ist, was ich nicht sehe, dann wird darauf immer Taten folgen. Wenn ich daran glaube, dass da eine Tür ist, dann werde ich da hingehen und die Tür aufmachen und nicht dagegen laufen. Glaube. Ansonsten, wenn ich sage, ich glaube, dass da eine Tür ist und laufe trotzdem dagegen, dann ist mein Glaube tot. Weil ich nicht wirklich davon überzeugt bin, dass die da ist. Ist das logisch? Okay. Wie drücken sich diese Taten aus? Es gibt zwei Dinge, auf die ich eingehen möchte, wie sich unser Glaube in dem Fall ausdrücken kann. Ich glaube auch, dass unser Glaube getestet wird auf andere Arten und Weisen. Aber mit dem Glauben verhält sich es ein bisschen wie zum Beispiel Krafttraining. Es geht darum, mit was fülle ich mich? Mit was fülle ich mein Herz? Und dann aber, wie betätige ich mich? Wie wird dieser Glaube erprobt? Also Training und Ernährung. Es ist beides wichtig. Und das Erste, was ich tun kann, ist, die Worte Gottes auszusprechen. So einfach, wie es ist, mir selbst das Wort zu predigen. Oder, das Wort spricht von Nachsinnen über das Wort Gottes. Nachsinnen ist wichtig, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. und vor allem dann, wenn wir Festungen gegenüberstehen oder Gedankengebäuden oder Lügen, an denen wir unser ganzes Leben lang schon festhängen, Proklamation. Genauso wichtig. Gerade dann, wenn der Widerstand groß ist. Dass wir im Glauben diese Dinge aussprechen, predigen. Auch wenn unser Glaube vielleicht so mini ist. Aber der Moment, wo ich mich entscheide, das ist die Wahrheit. Und weil es die Wahrheit ist, werde ich es jetzt aussprechen, ist schon der erste Akt des Glaubens. Und dadurch, dass wir es aussprechen, predigen es wir zu unserer eigenen Seele. Das Wort sagt, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Warum predigen wir nicht mehr das Wort selber zu unserer eigenen Seele? Dazu sind wir imstande. Wir sind sogar im Wort, dass David seiner eigenen Seele befiehlt, was sie zu tun hat. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist unser Anrecht als Kinder Gottes, das auszusprechen. Beleitet für uns jetzt was? Wie beginnen wir unsere Zeit im Wort? Geschwister, es ist extrem wichtig, das wenn wir im Wort lesen, dass wir das in Verbindung mit Gebet machen. Dass das eine nicht vom anderen zu trennen ist. Und wenn wir beten, dann kommen wir von den Herren. Wir laden den heiligen Geist ein, dass er uns das Wort lehrt. Weil wir sind überhaupt nicht imstande überhaupt, die Wahrheiten im Wort Gottes zu sehen. Deswegen betet Paulus ja auch für die Gemeinde, dass ihnen die Augen ihres Herzens aufgetan werden, damit sie die Herrlichkeit Gottes sehen können. Damit sie die Liebe des Christus erkennen. Aber vor allem setzen wir uns vor das Wort Gottes und wir bekennen jeden Morgen, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Wir demütigen uns und das Wort und sprechen das wirklich aus und sagen, Herr, das hier ist dein Wort. Das ist die Wahrheit. Egal wie ich mich jetzt fühle, egal welche Erfahrungen ich gemacht habe und egal was andere Menschen sagen, das ist die Wahrheit und ich demütige mich da jetzt drunter. Und das ist immer wieder wichtig, weil das Wort sagt, dass wir uns selber nicht für weise halten sollen. Dass wir immer wieder, auch wenn wir das zigste Mal schon dieses Buch lesen, zum Herrn sagen, Herr oder Heilige Geist, ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich habe absolut keine Ahnung, was da steht. Bitte lehr es mich. Bitte lehr es mich. Dass wir leer an die Sache rangehen. Dass wir nicht an eine bestimmte Bibelstelle rangehen und sagen, aha, ja, das bedeutet das, passt, jo, passt, abgehakt. Weil ich glaube, da ist noch so viel mehr drin, als wir vielleicht jetzt schon haben und der Herr möchte uns da noch mehr zeigen. Und das ist extrem wichtig, dass nicht unsere Erfahrungen und nicht unsere Gefühle im Maßstab sind. Weil die zwei sind meistens die größten Gegner, wenn wir im Wort Gottes lesen. Aber auch unser Indikator dafür, dass noch ein bisschen Arbeit vor uns liegt. Aber wenn ich nämlich da im Wort lese, zum Beispiel, danke Herr, dass ich wunderbar geschaffen bin und meine Gefühle sagen mir aber, naja, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass ich noch nicht wirklich in dieser Wahrheit lebe. Geschweige denn, dass ich überhaupt in meiner Gefühlswelt erfahren darf. Aber, das ist unser Anrecht. Es ist unser Anrecht, diese Dinge zu erleben. Aber das folgt nach einem bestimmten Schema. Erkennen, Glauben, Erfahren. Wenn ich was Neues im Wort sehe, was mit meiner Lebensrealität überhaupt nicht übereinstimmt, dann ist das der erste Moment, wo ich jetzt erkennen darf, okay, so verhält sich das. So, das bin ich. So sieht der Herr mich. So ist meine Beziehung zum Herrn. Dann ist der nächste Schritt zu glauben. Entgegen jeder Entmutigung, entgegen jedem Widerstand. Und es kann dauern, bis unsere Seele wirklich durchdrängt ist mit dem Wort Gottes. Das kann dauern. Weil wir haben jahrelang damit verbracht, Lügen oder Wahrheiten oder irgendwas zu glauben, was Menschen uns gesagt haben oder was wir erlebt haben, was für Erfahrungen wir gemacht haben und das waren unsere Lebensweisheiten oder das war unser Selbstbild. Ich glaube, das ist vor allem wichtig, unser Selbstbild. Wer wir sind, was uns ausmacht, was unser Selbstwert ist. Das hat jahrelang uns geprägt und jetzt aber kommt das Wort Gottes und erzählt uns was anderes. und deswegen, Geschwister, kommen wir auf das Nachsinnen zurück. Das ist so extremst wichtig. Erstens, das Wort Gottes ist eh unser Schwert und ich denke mir immer, wenn ich in der Schlacht, ich verwandele jetzt mal das Schwert in einen Bogen, gar keine Pfeile habe, um die zu verschießen, bringt mir das alles nichts. Oder für das Schwert eine Technik habe ich nur das Schwert. weiß aber gar nicht, wie genau ich es jetzt schwingen soll. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Bibelferse auswendig lernen. Das klingt total doof, aber es ist so. Weil in der Schlacht haben wir meistens nicht die Zeit, da nochmal ein kurzes Bibelstudium einzulegen und dann zu gucken, wie war das jetzt nochmal, wie war das nochmal. Weil ich sehe es auch bei Jesus, dass es nicht so war. Wo Jesus in der Wüste war und vom Feind verführt oder versucht wurde, da war es nicht so, dass Jesus dann erstmal, okay, was war jetzt, wie stand da nochmal? Das hat Jesus nicht nachgucken müssen, sondern er wusste das auswendig. Er kannte das Wort auswendig und konnte das dem Feind entgegnen. Deswegen die Pfeile. Wir können gar nichts zurückschießen, wenn wir nichts im Köcher haben. Dann wird es schwierig. Und die Frage ist, wo fangen wir da an? Ich glaube, wenn wir am Morgen das Wort lesen mit dem Heiligen Geist, dann wird er uns eine Bibelstelle zeigen, mindestens, die uns wichtig geworden ist. Dann nehmen wir die mit in den Tag. Wir nehmen die mit. Ob wir uns die auf dem Handy abspeichern, ob wir einen Notizblock machen und die irgendwo hinschreiben, egal. Und dann lernen wir die auswendig. Weil dann werden wir auch wirklich befähigt, nachzusinnen über das Wort Gottes. Was ist Nachsinnen? Also die Bibel sagt, Nachsinnen ist ein leises, leises Erzählen der Schrift. Also ein immer wieder Aufsagen dieses Bibelferses. Es ist immer wieder zu sich selber zu sagen. Und im Wort steht auch drin, Ich habe den Bibelfers hier irgendwo. Der kommt später noch. Dass meine Zunge der Griffel eines gewandten Schreibers ist. Und dadurch, dass ich nachsinnig über das Wort das immer wieder aufsage, immer wieder dran erinnere, darüber nachdenke, was sage ich da, was ist in diesem Wort, was bedeutet das, kann ich mir in Kooperation mit dem Heiligen Geist, dass das Wort auf mein Herz geschrieben wird. Aber wir haben es heute auch im Lobpreis gehabt, das Wort in meinem Mund und in meinem Herzen. Es reicht nicht nur, wenn das Wort in meinem Mund ist, es muss auch in mein Herz. Es muss zu einer lebendigen Realität werden in meinem Herzen. Und ich glaube, wenn wir anfangen mit Nachsinnen, dann ist es nicht, also dann brauchen wir jetzt da nicht ellenlange Sachen irgendwie uns auswendig lernen. Da reicht es, wenn wir wirklich einen Bibelfers haben. Irgendwas, was dir wichtig ist. Vielleicht ein Tauchspruch. Irgendwas. Lern ihn auswendig. Und spreche ihn immer wieder vor. Wir schauen uns auch später nochmal Bibelfers an, wo wir sehen, was da für ein Segen dahinter steckt. Und wir wollen uns jetzt noch ein paar Bibelfersen anschauen, wo wir sehen, dass das so erquickend sein kann, wenn wir diese Dinge wirklich als unsere Lebensrealität haben. Zum Beispiel Psalm 27, Vers 1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen. Wenn wir den Psalm noch weiterlesen, dann sehen wir, in was für einer krassen Situation eigentlich David war. Es war wieder König David, der den Psalm geschrieben hat. Das ist ein Mann, der wirklich im Krieg war. Also der wirklich, wenn er in die Schlacht gezogen ist, Angst haben müsste eigentlich um sein Leben. Diese Dinge waren Realität in seinem Herzen. vergleichsweise zu unseren Feinden doch, also das sind unsere Feinde doch relativ klein. Sagen wir mal so, ne? Wenn ich mit meinen Arbeitskollegen rede oder was weiß ich, Supermarkt oder so, dann kann ich mir aber trotzdem sagen, vor wem sollte mir grauen? Das ist trotzdem richtig. Aber es werden noch Situationen kommen, wo diese Bibelfersen sowas von wichtig sein werden für uns. Die werden so wichtig sein. aber die sind auch wichtig, wenn wir gegen unsere Feinde angehen in unserem Leben. Und damit meine ich keine Menschen, sondern damit meine ich Festungen. Damit meine ich Sünde. Der nächste Psalm auch von David in Psalm 23 Abvers 1. Ihr kennt ihn ja alle. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Glaubst du das? Glaubst du, dass dir nichts mangeln wird? Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, aber ich habe Mangel. Ich habe Einsamkeit in meinem Leben oder ich habe Krankheit oder ich habe Nöte. Die sind da, ja? Aber dann nimm diesen Bibelfers und komm damit zum Herrn. Es ist unser Anrecht als Kinder Gottes, diese Bibelfersen zu nehmen und sie dem Herrn vorzulegen. Und das ist nicht frech, das ist nicht dreist, sondern das ist Gottes fürchtig, wenn wir das machen. Wenn wir den Herrn fest nageln auf seinem Wort und sagen, Herr, hier ist meine Not. In deinem Wort steht, mir wird nichts mangeln. Ich möchte das in Anspruch nehmen. Ich möchte das wirklich in Anspruch nehmen, weil ich glaube, dass dieser Bibelfers wahr ist. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Dass mir als Kind Gottes, mir wird es nichts mangeln. Da mögen irgendwelche Sachen sein, an denen ich mangel, leider ja, aber in meinem Herzen wird mir nichts mangeln. So wie Paulus sagt, dass er gelernt hat, arm zu sein und auch reich zu sein. Aber alles vermag er durch den Herrn. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Hier haben wir es wieder, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Gut, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich finde, es ist einfach ein Psalm, den wir sagen dürfen, wenn wir gegen diese Feinde wirklich vorgehen. Und ich glaube, David ist wirklich ein großes Zeugnis dafür, wie er damals gegen Goliath gekämpft hat. Weil wenn wir uns im Wort anschauen, wie Goliath beschrieben wurde, dann nimmt sich die Bibel da wirklich sehr viel Zeit zu beschreiben, was der alles so für Ausrüstung am Mann hatte. Ich meine mich zu erinnern, dass allein der Brustpanzer von Goliath 80 Kilo gewogen hat. Also allein der Brustpanzer hat wahrscheinlich so viel gewogen wie David selber. Und er hatte ja alles am Mann, was so ein Krieger wirklich gebraucht hat. Und am aller Interessantest finde ich aber auch, dass die Bibel sagt, dass Goliath auch mit einem Wurfspeer ausgestattet war. Das heißt, David hatte seine Schleude und Goliath hatte aber seinen Wurfspeer. Heißt es rein vom menschlichen her, könnte ich jetzt denken, selbst wenn ich es schaffe, wirklich den Stein so zu schleudern, dass der ankommt, hat Goliath immer noch seinen Wurfspieß. Und wenn der den schmeißt, dann war es das wahrscheinlich mit dem kleinen David. Aber David hat an das Wort geglaubt. Er hat sich an dem Wort wirklich festgekrallt. Und ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir uns an diesem Wort festhalten dürfen. Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo ich mich wirklich festhalten habe müssen an Bord. Weil sonst wäre alle Hoffnung weg gewesen. Und das brauchen wir. Wir brauchen das, dass dieses Wort uns immer wieder Hoffnung macht. Auch wenn der Goliath da steht, auch wenn er mit seinem Wurfspieß da steht, er ist Gott. Er ist Gott. Er ist mein Hirte. Und wenn ich auch durchs Teil der Todesschatten gehe, so ist er trotzdem da. Er ist da. Egal durch was wir durchgehen. Und das sind Schätze, die uns niemals irgendwer rauben kann. Oder der nächste Vers in Jesaja 46, 3-4. Einer meiner absoluten Lieblingsverse. Hört hört auf mich, O du Haus Jakob und der ganze Überrest vom Haus Israel. Ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen und von Geburt an von mir getragen worden seid. Bis in euer greisen Alter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will auch fernehin euch heben, tragen und erretten. Diese Zusage, dass ich hier stehen kann mit meinen 25 Jahren, aber ich weiß, dass der Herr mich tragend wird bis in mein Kreisenalter ist nicht zu erkaufen mit irgendeinem Geld dieser Welt. Es ist nicht zu erkaufen. Dass der Herr zu uns sagt, dass seit unserer Geburt hat er uns gesehen und bis zu unserem Lebensende wird er der sein, der da ist, der uns rettet, der uns trägt. Und das ist sehr leicht zu sagen, wenn es einem gut geht, aber das zu wissen und daran zu glauben und daran festzuhalten, wenn es uns nicht gut geht, das ist wirklich das, was uns dadurch tragen kann. Das sind Goldschätze, die niemals vergehen werden. Das sind Zusagen, die uns unser ganzes Leben lang tragen können und unsere Seele immer wieder erquicken werden. Hier ist so der Psalm. Mein Herz fließt über in einem lieblichen Lied, Psalm 45 Vers 2. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt, meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Und zum Beispiel das mit dem Greisenalter, das ist was, was ich einfach auf mein Herz schreiben lassen kann. Weil das wird mir Frieden geben. Das wird mir Zuversicht geben für mein ganzes Leben. Wie kann ich hoffnungslos daseitzen, wie kann ich perspektivlos daseitzen, wenn ich noch weiß, dass er mich trägt, bis in mein Greisenalter. Es liegt zu viel Segen im Nachsehen über das Wort Gottes. Und hier haben auch noch den Vers Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das sind Bibelferse, die wir predigen dürfen zu unserem Herzen. Wenn unser Herz verzagt, wenn wir keinen Mut haben in unserem Herzen, dann predigen wir das zu unserem eigenen Herzen. Und ich habe es noch nicht einmal in meinem Leben erlebt, kann ich Zeugnis geben, dass das Vertrauen, was ich ins Wort Gottes gesteckt habe oder in seine Zusagen, dass das umsonst war. Vertrauen in sein Wort, in seine Zusagen ist immer gut angelegt. Immer. Zu jeder Zeit. In Psalm 1 Vers 1 steht wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles was er tut gerät wohl. Glaube und dann Tatengeschüster und wir sehen hier dass ein Mann oder eine Frau die nach sind über das Wort Gottes das sein werden wie ein Baum der gepflanzt ist an Wasserbächen da kann alles um ihn herum kann vertrocknet sein und da gibt es eigentlich gar keinen Grund sich zu freuen in seinem ganzen Leben er wird ein Baum sein gepflanzt an Wasserbächen der seine Frucht bringt was sind das für Früchte Liebe Freude Hoffnung Geduld Barmherzigkeit wir kennen sie alle Früchte die wir tragen wollen wenn wir anfangen das Wort zu predigen ist das die erste Tat des Glaubens wir fangen an das Schwert zu schwingen und wenn wir irgendwann über dieses hinaus kommen dann werden auch Situationen kommen wo unser Glaube nochmal getestet wird wo wir wirklich wo sich uns wirklich die Frage stellt glaube ich wirklich dass der Herr gut ist glaube ich wirklich dass er immer da ist dass er mich immer trägt weil dann wenn unser Glaube getestet wird dann ist er wie sagt das Wort so viel mehr als geläutertes Gold wert das ist die erste Voraussetzung die ich heute mit uns anschauen will dass wir glauben an die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes das ist die erste Voraussetzung ohne die geht gar nichts und die zweite Voraussetzung ist dass wir glauben an den liebenden Vater als Autor des Wortes das ist so extrem wichtig wenn wir das Wort lesen wenn wir in seinem Gesetz sind wenn wir seine Gebote anschauen dürfen wir nie vergessen wer der Autor dieser Gebote sind das Wort Gottes ist die Wahrheit das bedeutet wenn wir die Gebote Gottes lesen dann dürfen wir hinter seinen Geboten den liebenden Vater sehen deswegen frage glaubst du dass dein liebender Vater im Himmel nur das Beste für dich möchte dass er nur das Beste für dich im Sinn hat in Jeremia 29 Vers 11 steht denn ich weiß was für Gedanken oder Pläne oder Absichten ich über euch habe spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Unheils um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben hier sehen wir dass Gottes Pläne mit uns nur gute Pläne sind nur gute Pläne und wenn das nicht reicht dann schauen wir ans Kreuz in Lukas 2 Vers 13 steht als die Engel den Hürden begegnet sind auf dem Feld kurz nachdem Jesus geboren wurde und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher die lobten Gott und sprachen Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohl gefallen oder Wohl wollen Gottes ultimative Absichtserklärung für die Menschheit war dass Jesus auf diese Welt gekommen ist ein perfektes Leben gelebt hat und dann für uns am Kreuz gestorben ist um uns mit seinem Blut von der Sünde zu erkaufen das war die ultimative Absichtserklärung dass der Herr es gut mit der Menschheit meint dass er gute Pläne für uns hat dass er nur Liebe für uns übrig hat denn jeder von uns hat gesündigt jeder von uns hat sich von Gott abgesagt und eigentlich von unserem alten Lebenslauf wollten wir von Gott nichts wissen wir wollten unser eigener Gott sein jeder von uns hätte es verdient gehabt am Ende unserer Tage vor dem Gericht zu stehen und schuldig gesprochen zu werden jeder von uns und Gott wenn er das gemacht hätte ohne Jesus zu schicken wäre trotzdem gerecht gewesen er wäre trotzdem der gerechte Gott gewesen aber Gott ist nicht nur gerecht er ist auch Liebe deswegen hat Jesus sich freiwillig entschieden hierher zu kommen für uns am Kreuz zu leiden und zu sterben um uns die Möglichkeit zu erkaufen zurück in die Arme des Vaters zu kommen zurück in die Arme des Vaters stellt sich mir die Frage wie wie kann da eine Wahrheit in meinem Herzen sein oder ein Fragezeichen über die Absichten Gottes mit meinem Leben wenn ich aufs Kreuz schaue wie kann ich nicht glauben dass dieser Vater dieser Jesus der für mich alles alles gegeben hat es nicht komplett gut mit mir meint wie kann dieser Gott der am Kreuz für mich gestorben ist es nicht 100% gut mit mir meinen und der Herr sagt es selbst in seinem Wort in 5. Mose 6 17 bis 19 Haltet Haltet genau die Gebote des Herrn eures Gottes und seine Zeugnisse und seine Satzungen die ich dir geboten habe und du sollst tun was recht und gut ist vor den Augen des Herrn warum damit es dir gut geht und du hineinkommst und das gute Land in Besitz nimmst dass der Herr deinen Vätern zugeschworen hat und alle deine Feinde vor dir her verjagst wie der Herr es verheißen hat der Herr möchte dass wir tun was recht und Gutes vor den Augen des Herrn warum weil der Herr Spaß Verderber ist und weil der überhaupt keinen Spaß versteht und wenn und dürfen uns nichts mehr gönnen so nein damit es uns gut geht und damit ich in dieses Land hineinkomme was für ein Land wir haben jetzt nicht das verheißene Land wie das Volk Israel aber wir haben das hier das hier ist unser verheißenes Land all die Wahrheiten die hier drin stehen dass diese Dinge Wahrheit in meinem Herzen werden das ist das verheißene Land das hat er ich will mich nicht abhalten lassen vom Feind oder von sonst irgendwem hinein zu kommen in diese Wahrheiten in diese Segnungen die der Herr für mich teuer gekauft hat das ist das Land was der Herr uns zugeschworen hat und nicht nur das sondern dass ich auch noch alle meine Feinde vor mir her verjage all die Feinde die da jetzt sind alle Zweifel Sünde ganz egal was da in meinem Herzen ist ganz egal was mich da plagt all diese Feinde will der Herr dass ich sie vor mir her verjage das sehen wir so oft im Wort Gottes dass das Gottes Plan ist aber ich liebe diesen Bibelferst weil es Gottes Absicht Erklärung ist dass es nicht so ist dass er seine Gebote gegeben hat um uns zu knechten oder um uns die Freude zu rauben Situationen des Feindes dass er uns Gottes Absichten malig redet dass er sie schlecht redet dass wir daran zweifeln dass Gott wirklich gut ist das ist eine der größten Taktiken des Feindes die uns unseres Segens berauben wird wenn wir es zulassen das wird uns unseres Segens berauben wenn wir das zulassen die Frage ist wer weiß besser was gut für mich ist als denn mein geschaffen hat wer weiß besser was richtig und was falsch ist für mich als er und wenn er mich wirklich liebt dann muss er mir sagen wo ich Schiffbruch allein werde dann muss er mir sagen wo ich mich verletzen werde wo ich andere verletzen werde und wo ich ihn entehren werde das ist das Wort Gottes das sind seine Gebote das sind seine Gebote sonst würde Gott mich nicht wirklich lieben wenn es diese Gebote nicht geben würde dieses Bewusstsein diese diese Mindset sagen aber diese Wahrheit an der festzuhalten wenn ich an seinen Geboten arbeite wenn ich die lese dann kann ich drüber frohlocken oder dann kann ich mich freuen über seine Gebote wenn ich weiß dass da der lebende Vater ist der diese Gebote aufgestellt hat und diese Botschaft zerstört all diese Irrlehre darüber dass Gott mich auch liebt wenn ich sündige ja der Herr liebt mich wenn ich sündige aber wie wie kann ein mich liebender Herr wollen dass ich weiter sündige wenn er doch weiß dass es für mich nicht gut ist wenn die Sünde mich zerstören wird wenn im Wort steht dass die Sünde den Tod zur Folge haben wird wie kann ein mich liebender Gott da immer noch stehen und sagen mach du einfach ich liebe dich ja trotzdem aber mach einfach weil alles ist mir erlaubt aber nicht alles ist mir nützlich das macht überhaupt keinen Sinn und es ist eine Irrlehre das ist einfach nur eine Irrlehre zu sehen dass die Gebote Gottes die sind da damit es uns gut geht und wenn Gott mich liebt dann will er dass ich hineinkomme in das was gut für mich ist das was er teuer für mich erkauft hat er will nicht dass ich da bleibe in dem morast an Sünde an dem Murast an Müll in dem ich davor war sondern er möchte dass ich in das hineinkomme für das er mich geschaffen hat dafür hat er uns geschaffen er hat uns nicht dafür geschaffen dass wir unser Leben verschwenden in Sünde und in weltlichen Dingen die uns im Endeffekt aber nicht wirklich erfüllen können dafür hat er uns nicht geschaffen er hat uns geschaffen für das für dieses verheißene Land im Wort es macht überhaupt gar keinen Sinn daher die Gebote Gottes abzulehnen wie auch wenn ich dahinter den liebenden Vater sehe und damit sind alle gemeint damit sind alle gemeint die Bibel und der Herr lehnt niemals den Sünder ab sondern der Herr lehnt die Sünde ab er liebt den Sünder aber er hasst die Sünde und deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn wie es die Kirchen machen mit aktuell Homo Ehe und allem möglichen dass man Gleichgeschlechtliche traut das macht überhaupt gar keinen Sinn der Herr liebt den Sünder also wenn der Herr uns liebt und der Herr weiß dass es nicht gut für uns ist wie soll er uns in dem segnen wie aber zu sehen dass der Herr für diese Menschen die da sind diese Menschen die da sind dass er sie liebt und dass er nur das Beste für ihr leben möchte ist so wichtig und das müssen wir in unserem Herzen auch tragen wenn wenn wir mit Leuten zu tun haben die halt in Sünde leben ob das jetzt Homosexuelle sind oder was auch immer ich möchte nicht nur das rausnehmen sondern egal was auch immer der Herr liebt diese Menschen und in genau dem müssen wir ihnen begegnen der Feind setzt alles daran dass wir Gott nicht so sehen wie er ist dass wir ihn nicht so kennenlernen wie er wirklich ist weil wenn er das schafft dann ist Tür und Tor auch für Bitterkeit für Neid für Stolz für Rebellion all diese Dinge wenn wir an dem Fakt loslassen dass der Herr uns liebt und dass er immer gut ist diesen Fakt den dürfen wir niemals loslassen weil wenn wir das tun wenn wir aufhören zu glauben dass Gott wirklich gut ist dass er es nur unendlich gut mit uns meint dann werden wir uns anderen Quellen widmen ob wir das wollen oder nicht weil von irgendwas lebt der Mensch von irgendwas lebt der Mensch und erst wenn wir das wirklich glauben dann können wir den ganzen Segen empfangen der in den Geboten Gottes drin steht in seinem Gesetz in seinem Willen im Wort Gottes und dann kann das Wort uns ermahnen es kann uns zurecht weisen es kann uns ermutigen in dem was wir sind wenn wir das ist das was nur Gott kann nur Gott vermag es uns zurecht zu weisen ohne uns abzulehnen weil wenn wir in diesem Ding sind dass wir vor dem Herrn stehen und wir immer wissen dass er uns liebt dieser Fakt er wird sich nie ändern egal was da noch passiert in meinem Leben egal was ich bin da ich bin geliebt er hat das beste für mich im Sinn und dann sagt der Herr hey aber diese eine Sache die kriegen wir auch noch weg dann ist ist kein problem warum ich kenne die Absichten meines Vaters im Himmel für mein Leben ich kenne die und ich weiß dass sie unendlich gut sind also warum soll ich mich jetzt sträuben warum soll ich jetzt sagen nö dann in dem Moment wenn ich das sehe wenn der Heilige Geist uns immer mehr wirklich diese Seite Gottes zeigen kann dann gehen unsere Hände auf dann halten wir nicht mehr fest an den Sachen die wir glauben dass wir noch brauchen und wenn wir diese zwei Sachen haben das heißt den Glauben dass das Wort Gottes wirklich die Wahrheit ist und den Glauben dass der Autor dieses Buches mein liebender Vater ist auf was läuft es dann eigentlich raus was ist das Endziel meiner Reise im Wort in Psalm 63 2 bis 7 lesen wir O Gott du bist mein Gott früh suche ich dich meine Seele dürstet nach dir mein Fleiß schmachtet nach dir in einem dürren lächelnden Land ohne Wasser dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf gleich wie ich schaute im Heiligtum denn deine Gnade ist besser als Leben meine Lippen sollen dich rühmen so will ich Leben lang in deinem Namen meine Hände aufheben meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager in den Nachtwachen nachsinne über dich worum geht worum ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf das ist es das ist das End Ziel meiner Suche im Wort dass ich seine Herrlichkeit sehen darf weil das brauchen wir wir brauchen ihn zu sehen wie er wirklich ist das ist unser das ist unser Preis wenn wir irgendwann bei ihm sind dass wir ihn sehen dürfen wie er wirklich ist und er ist so viel anders als wir das vielleicht gerade noch in unserem Kopf fassen können weil er ist Gott allein der Fakt dass er unendlich ist dass er kein Anfang hat kein Ende überspannt unsere geistige Kapazität bei weitem aber seine Charakterzüge sind so unendlich gut dass wir bis in alle Ewigkeit damit verbringen werden ihn kennen zu lernen und immer neue Seiten von ihm zu entdecken und immer mehr davon so was von begeistert zu sein weil hier im Wort steht meine Seele wird satt wie von Fett und Mark es heißt unsere Seele die wird so gesättigt die wird so voll sein von Freude von ewigem Leben dafür ist Jesus gekommen er ist jetzt nicht dazu gekommen zu richten sondern damit wir das Leben haben und dass wir es in Fülle haben und wenn das Wort davon spricht dass er ewiges Leben für uns hat heißt es nicht nur dass wir nicht sterben quasi das ist nicht die Essenz von ewigem Leben weil dann hätte der Sünder ja auch ewiges Leben weil der wird auch wenn er stirbt noch als Existenz da sein nur halt nicht beim Herrn also was ist ewiges Leben ewiges Leben ist Leben das von Gott fließt pures Leben Lebens Glück Lebens ich weiß gar nicht wie ich es richtig beschreiben soll pures Leben vom Herrn das ist es wofür Jesus gekommen ist damit wir das haben und dieses Leben erfahren wir dann wenn wir beim Herrn sind wenn wir ihn sehen wie er ist Jesus hat so ein Verlangen danach dass wir das sehen er sagt ich will dass die 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 du mir gegeben hast dass sie bei mir sind und dass sie meine Herrlichkeit sehen weil es gibt keinen wie ihn da ist keiner der so ist wie er es gibt keinen der so liebt und es gibt keine Möglichkeit dass wenn ich die Liebe Gottes sehe dass dann noch irgendwas anderes bleibt als einfach nur überwältigt zu sein von seiner Liebe warum ist das das Endziel weil das ist die Qualität die uns dazu befähigt durch alles hindurch zu gehen was da auch immer noch kommen mag das ist von den Leuten die für Jesus alles aufgeopfert haben die waren nicht verrückt die wussten dass das das ist für das eine für das es sich wirklich zu leben lohnt das ist der Grund warum ich geschaffen wurde für diese Herrlichkeit wenn wir ins Wort hineinschauen der Herr hat den Menschen geschaffen damit er Gemeinschaft hat mit Gott das ist das erste Ziel gewesen Gottes das er uns hat als sein Gegenüber mit dem er Gemeinschaft haben kann er möchte dass wir bei ihm sind und dass wir seine Herrlichkeit sehen und wie wir heute Morgen auch schon gebetet haben dadurch dass wir seine Herrlichkeit sehen werden wir verwandelt Stück um Stück in sein Bild wir werden verwandelt in sein Bild und wir brauchen das so dringend dass wir in der stillen Zeit diese Begegnungen mit dem Herrn haben weil wenn wir die nicht haben Geschwister dann ist Tür und Tor auf für Neid für Bitterkeit für Stolz für Rebellion für Parteiungen in der Gemeinde weil das ist der Ort wo wir unsere Anerkennung rausnehmen unsere Liebe wir sind nie dafür gedacht gewesen dass wir diese Dinge rausnehmen aus persönlichen Beziehungen wir sind dazu geschaffen dass wir diese Dinge herausnehmen aus unserer Beziehung mit dem Herrn und wenn ich dann wieder sehe wenn ich vor ihm bin und ich sehe dass der Herr mich liebt und mich trotz meiner und mir vergibt wie kann ich dann wieder da sitzen und meinem Bruder oder meiner Schwester nicht vergeben es geht doch gar nicht es geht doch gar nicht vor dem Herrn zu sein und von seiner Liebe überwältigt zu sein und dann auf der einen Seite aber trotzdem noch meinen Bruder am Halsband festzuhalten es geht gar nicht es geht gar nicht es unmöglich deswegen setzt der Feind alles dass wir entweder er es schafft dass wir nicht mehr glauben dass das Wort wirklich die Wahrheit ist oder dass wir wirklich nicht mehr glauben dass der Herr wirklich der liebende Gott ist der Gott der immer gut ist und ich denke auch dass in dem Psalm steht dass früh suche ich dich ich glaube Geschwister dass das auch wahr ist ich glaube dass die wichtigste Zeit ist dass wir am Morgen diese wenn wir das planen es ist nicht gesetzlich sich einen Wecker zu stellen es ist es nicht weil es ist okay dass wir uns zugestehen dass da in uns immer noch dieses Fleisch ist und das Fleisch absolut keinen Bock hat Bibel zu lesen absolut gar keinen Bock darauf hat und das ist okay das ist so dieses Fleisch das ist so es ist nicht okay aber es ist aktuell so aber deswegen Geschwister planen wir unsere Zeiten mit dem Herrn ein damit wir da reinkommen weil der Feind wird alles daran setzen dass wir diese Zeiten nicht mehr haben weil er weiß dass wir dann austrocknen werden wir werden irgendwann auf dem trockenen sitzen und von was werden wir uns dann ernähren von Anerkennung von Menschen von Lob von anderen von unserem Job von unserem Besitz von was auch immer und diese Dinge sind nicht von der Qualität dass sie uns wirklich befriedigen dass sie uns wirklich dieses Leben geben für das der Herr uns geschaffen hat und warum denke ich ist es richtig weil ich es bei Jesus sehe dass er so gemacht hat wenn wir sehen wie Jesus stille Zeit gemacht hat also nicht weil Jesus hat sich rausgenommen ich bin der Sohn Gottes ich brauche keine stille Zeit weil ich bin der Sohn Gottes sondern Jesus ist alleine auf den Berg hat alleine den Vater gesucht alleine und das ist so wichtig weil wenn wir diese Zeit alleine mit dem Herrn haben dann ist er befähigt zu uns zu sprechen wenn wir immer Leute um uns rum haben dann ist es unmöglich dass der Herr uns auch mal zurecht weisen kann wenn wir allein sind dann kann der Herr uns auch mal zurecht weisen dann kann er auch mal sagen du war nicht so cool war nicht so gut und das ist wichtig es ist so wichtig dass wir uns diese Zeit nehmen mit dem Wort allein und das Wort verschlingen und ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen wir dürfen so viel vom Wort erwarten wir dürfen so viel an Segen erwarten im Wort Gottes und durch das Blut Jesu haben wir Zugang dazu wir haben Zugang dazu es ist uns erkauft dass diese Verheißung in dieses Wort Gottes für uns ist und wenn wir uns vor das Wort setzen dann fangen wir an mit Gebet wir fangen an mit Gebet und kommen zum Vater laden den Heiligen Geist ein und erneuern uns jeden Morgen aufs Neue dass sein Wort die Wahrheit ist und dass er der liebende Vater ist der nur das Beste für mich im Sinn hat und wenn wir in diesen zwei Dingen feststehen dann steht uns die Tür der Segnung Gottes im Wort ganz weit auf ganz weit und dann können wir arbeiten und das ist ein Stück weit Arbeit weil wir wenn wir anfangen die Dinge auswendig zu lernen es ist Arbeit aber genauso wie der Bauer seinen Acker bestellt und wir diese Arbeit dann tun so gibt doch der Herr dann das Gedeihen vom Feld und 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 wie Paulus für die Gemeinden gebetet hat dass ihnen die Augen aufgehen damit sie die Herrlichkeit Gottes sehen mehr und mehr so brauchen auch wir dass wir für uns beten für unsere Familien beten und für unsere Gemeinde beten dass wir uns mehr und mehr diese Augen aufgetan werden dass wir ihn sehen wie er wirklich ist wir brauchen das so sehr und dann kann uns der Herr segnen bis er wieder kommt und bis in alle Ewigkeit kann er uns segnen und ausstatten und mit seiner Liebe durchtränken Amen und zu